Hören wir los? Was wollen die denn hier? Hören wir los? Komm, ab! Peace Leute, was geht? Der Boyder G meldet sich mal wieder. Leute, ihr habt ja mitbekommen, dass ich nicht so nett zu Ben war und ich möchte das einfach wieder gut machen. Wir haben ja an seinem Handy voll die Sch*** gemacht und ich war auch einen Tag asozial zu ihm und Leute, das tut mir ja auch irgendwo weh. Natürlich macht es mir irgendwo auch ein bisschen Spaß, aber ist auch nicht cool. Deswegen Leute, werde ich das heute auf jeden Fall wieder gut machen bei ihm. Ich werde Ben heute einfach so ein paar Dinge sagen, die er machen soll und für alles, was er macht, kriegt er 100 Euro. Aber natürlich dürfen das jetzt nicht so easy Sachen sein, weil sonst wäre ich auf jeden Fall komplett broke nach dem Video. Ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Also im Prinzip, Ben kriegt 100 Euro für alles, was er macht. Da sind sie die BoyDGs. Hast du dich erholt, Ben? Ja, safe. Muss man halt, ne? Hast du eine neue Frise? Ja, Frise. Sauber, Junge. Peter, wie geht's dir? Der Hund war einfach schon mein Friseur, ich will die ganze Zeit einen Termin haben, ich krieg keinen Bruder. Ich kann dir die auch schneiden. Ach, hör mir auf, Junge. Wenn ich eine Glatze haben will, dann sag ich dir Bescheid, Bruder. Aber nicht bei solchen Namen, Bruder. Ben, Bruder, wir waren ja nicht so nett zu dir, ne? Ja doch, voll nett. Also das mit dem Handy tut mir echt leid. Und wo ich dich hundertmal in den Schnee geschubst hab, natürlich auch. Deswegen mach ich das heute wieder gut. Wir fahren erstmal zur Bank und dann erklär ich dir, wie du heute absahnen kannst. Bank hört sich aber erstmal gut an, Digga. Also ich hoffe, Geldbank, ne? Nicht normale Bank, wo man drauf chilltet. Ja, ja. Ja, ja, okay. Wir haben grad noch ein bisschen was gegessen, weil wir alle sehr Hunger hatten. Und ich war schon bei der Bank, Ben. Während du auf Toilette warst und gewartet hast. Jetzt kacken. Ey, was? Mini-Monte. Digga, er holt sich doch so raus. Leute, ich hab hier ein paar grüne Scheine. Also, wir waren ja nicht so nett, ne? Wir haben an deinem Handy ja voll viel Scheiße gemacht. Ich hab dich hundertmal so in den Schnee. Man muss aber auch sagen, das Wetter war mittlerweile wieder richtig gut. Und heute ist es wieder echt kalt. Das ist ja nicht, was du hast, Digga. Mir ist voll warm, Digga. Bruder, ich check auch nicht, wie er da im Anzug stehen kann, Digga. Digga, Bruder, das merke ich mir auf jeden Fall. Ihr müsst sehr warm. Ich will's dir natürlich nicht leicht machen, aber für jede Aufgabe, die ich dir gebe, die du machst und bestehst, kriegst du 100 Euro. Ehrlich jetzt? Ja. Geil. Aber wenn du's nicht schaffst oder nicht machst, kriegst du natürlich kein Geld. Dann wandert das Geld wieder in meine Tasche. Natürlich. Ich find die Tasche nicht. Wie bekomme ich denn die Kette? Die Kette, die ist leider... Unverkäuflich. Schade. Out of Budget. Nein, die hat 30 Euro gekostet. Okay, Kick oder was? Nee, ich weiß gar nicht, wo ich die gekauft hab. Ich glaub bei... Irgendwas mit L und V oder so. Irgendwas mit L und V. L und V, Deichmann hab ich dir gekauft. Okay, wir fangen direkt an. Ben, wir wollen ja entspannt starten. Du springst aus dem Stand von hier nach hier. Und wenn er das schafft, kriegt er 100 Euro. Wenn nicht, hat er Pech. Digger, wir haben die ganze Zeit das eben probiert. Er hat's nicht einmal hingekriegt. Er hat's extra gemacht, Digger. Ich sag dir sowieso, Bruder. Ja, Junge. Was? Hat er mit 80 gemacht? Okay, aber dann weiß ich schon mal Bescheid, wie er tickt. Dann mach ich's ihm auch nicht leicht, ne? Ja. 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 Juck die nicht. Du hunderte haben willst. Dann gehst du zu irgendeinem Auto und setzt dich einfach rein. Und sagst dann sowas wie, jo, wollen wir losfahren? Oder irgendwie sowas, okay? Ja chillig, Digger. Für das Euro normal. Ich glaub das wird ablacher, oder? Oder normal wird das ablacher, Digger. Hören wir los? Was? Was wollen die denn hier? Hören wir los? Komm, ab. Okay, Ben, Junge. Du hast durchgezogen, Bruder. Das war chillig, Digger. Nice. Ja, wir gucken mal, wie viele du heute noch kriegst. Du siehst den Bus da. Ja. Du nimmst die Kamera wie bei dem Auto eben. Und dann gehst du zum Busfahrer und sagst so, jo, Schichtwechsel, Bruder. Und redest einfach ein bisschen mit ihm. Ja, ja, okay, okay. Wir machen, ja. Hab ich die Schichtwechsel? Ich fahr. Nicht hier mit der Kamera. Kann ich filmen? Mit der Kamera weg. Ich bin dran. Ich möchte, dass die Kamera hier verschwindet. Digga, Peter hat durchgezogen. Sollen wir mal ein Hundi danach abgeben, Digger, nach dem Video, Bruder? Es reicht als ich danach, Digger. Nummer 3. Ja, danke, Digger. Ey, Ben, ich hab mich doch immer gut um dich gekümmert, oder? Ja. Ich hab ja fast schon die Vaterrolle übernommen, oder? Ja, nein. Ja, also dafür kannst du mich auch mal ein bisschen auszahlen, Digger. Ja, okay, hier. Ja, okay, danke mal. Hau rein. Hast du dir jetzt einen gesneakt von Ben? Ja. Digger, ich hab trotzdem immer noch zwei. Der kleine Hund, Digger. Noch hab ich am meisten. Betonung auch noch, ja. So, wir sind noch mal bei Hilltown. Und, äh, Peter hatte eine gute Idee. Ja. Du willst ja mit Skaten anfangen. Wenn du in, äh, fünf Versuchen einen, äh, Schawitz schaffst. Ja. Dann kriegst du 100 Euro. Fünf? Ja. Den hab ich noch nie geschafft, ne? Ja, komm. Okay, versuch eins, Ben. Oh mein Gott. Nein. Nein. War das einer? Der Schwab. Oh mein Gott, ich mach das zwei, Digger. Ich bin der Beste. Digger. Ich bin der Beste, Digger. Mein Bruder wird noch Skateboard-Profil, Digger. Ich sag das irgendwie süß, Digger. Ich schwöre bei Gott auf alle. Ich hab noch nie mehr geschafft, oder? Ich hab noch nie einen probiert, außer auf diesem Snow-Skateboard oder was auch immer, Digger. Ey, Leute, wir waren gerade auf dem Weg, äh, zum Auto und haben hier halt den Skateladen gesehen. Hilton, ihr wisst Bescheid. So als würden wir nicht wissen, dass er hier ist, ne? Ne, aber Peter hatte die Idee mit dem Board und, äh, for real, der war first drive. Ich bin der Beste. Wir machen Back-to-Back. Ich mach einen hinterher. Okay, Ben, Digger, ich hab langsam, äh, keinen Bock mehr. Hätte ich auch nicht, Digger. Das ist Ehre, Mann. Bruder, du musst die härtere Aufgaben einfallen lassen, Bruder. Ja, ich, äh, hab auch nicht so viel abgehoben. Bruder, das wird, das wird zu leicht für den Digger. Du meintest ja vorhin, ne, äh, ja, Digger, heute ist es richtig warm, ich heiß Ben. Das ist gleich, was du hast, Digger, mir ist voll warm, Digger. Altes Spiel, neues Glück. Na, Bruder, du brauchst gar nicht mehr sagen, Digger. Ich weiß doch schon, was passiert, Digger, ich weiß doch schon, was passiert. Du weißt doch gar nicht, was wir machen. Doch, Junge, wenn Peter es immer so sagt, Digger. Okay, dann kauf ich dir halt keine PS5. Ne, Digger. Fett ins Wasser springen, Digger. Hä, das hast du gesagt, aber gute Idee, Ben. Ja, Tiny. Als wäre die Idee uns vorher überhaupt nicht gekommen. Hä. Es gibt auch noch einen Haken. Wenn du das jetzt nicht machst, verlierst du alle Scheine. Haha, so lecker, Digger. Er macht die Regeln, wie er will, Digger. Aber weißt du was, ich mach's immer genauso, Digger, ich feier's. Natürlich verlierst du nicht alles so, aber wenn du das jetzt machst, was ich dir als nächstes sage, kriegst du nicht 100 Euro, sondern 300. 300? Ja. Genom, Digger, dann mach ich alles. Ben, mit motiviertem Blick am Ort des Geschehens angekommen, wie geht's dir, Ben? Na, Digger, Bock, Digger. Ja, alles gut bei dir? Ich hab... Die Bisamratten müssen aus dem Fluss, Digger. Und die willst du mit nem Stock verjagen? Ja, Junge, und was sonst? Mein Penis, Digger, der ist nur halb so lang. Halb so lang? Okay. Gib mir jetzt her, ich wär's denn rein. Ja, okay, er verscheucht jetzt die Bisamratten. Juhu. Okay, er hat schon ein bisschen Angst, ne? Ja, Bruder, ich hab aber auch Angst vor Bisamratten, sag ich nicht so, wie es ist. Wenn er Angst hat und nicht springen will, hab ich noch eine andere Methode. Bruder, mach das lieber nicht. Ich hatte sein Handy schon einmal kaputt gemacht, das ist schon ein neues Ding. Ich hab mir schon ein neues gekauft, weil ich ein Handy ins Wasser geworfen hab von ihm. Leute, Ben hat übelst Angst. Bruder sich da aufschnell, Digger, und die ganze Zeit einfach nur sagt, halt die Fresse. Guck mal, wie oft wir da reingesprungen sind. Ja, im Sommer! Das ist gleich was du hast, Digger, mir ist voll warm, Digger. Scheiß Bisamratten, Digger. Ich mach so ein Rattenfest hier rein, Alter. Ich kack hier rein in die Hundealarm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Komm raus, Ben! Hab ich dir gesagt, die Kälte ist das Schlimmste? Ja. Das ist gleich was du hast, Digger, mir ist voll warm, Digger. Oh, Scheiße. Ja, ich lass dich nicht hängen, Bruder. Ich hab dir eine Sache verschwiegen, Peter auch. Ich hab extra ein Handtuch für dich mit und noch was anderes. Das Handtuch brauchen wir gleich. Ich hab hier einen trockenen Pulli für dich. Von der besten Marke. Er ist der Erste, abgesehen von mir, der jetzt diesen Pulli kriegt. Ich hab noch nicht mehr einen bekommen, Digger, und er kriegt jetzt einen. Wie krank. Gönn dir. Das ist krank, Digger, weil ich liebe den. Digger. Wir müssen uns ja auch mal um Ben kümmern, wir dürfen ihn nicht immer so knechten. Auch wenn das mit der Brücke grad wichtig war. Er stand da, no joke. Gefühls drei Jahre grad drauf. Das war's auch mit dem heutigen Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo oder haut auf den Abonnieren-Button. Checkt auch gerne Peter ab, Link in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf was wartest du, Ben? Auf mein Geld, Junge. Ein, zwei, drei. Ja, einer ist daneben gefallen, Digger. Bam. Schillig, Digger. Macht's gut, Leute. Hier, Mann.